Mein Name ist Lena Hoschek. Ich habe ein eigenes Modelabel seit zwölf Jahren. Mein Name ist Karin von Constantly K und ich bin 33 Jahre alt und seit 14 Monaten Fashion-Bloggerin. Mein Name ist Nicole Wesner und ich bin Box-Weltmeisterin. Gerade als 33-jährige Frau wird von einem verlangt, sehr ernst zu sein, sehr tough zu sein, karrierebezogen zu sein. Aber man darf sich sehr wohl auch manchmal rausnehmen, feiern ohne Ende. Man sollte immer eine gewisse Unbedarfheit haben, trotz aller Erfahrungen, die wir in unserem Leben schon gemacht haben. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man das Mädchen in sich immer behält, weil es einem durch Schwierigkeiten durchhilft. Und auch durch einen stressigen Alltag oder auch durch große Herausforderungen, die man dann als erwachsener Mensch meistern muss. In der heutigen Zeit wird von einem verlangt, sehr ernst zu sein, sehr tough zu sein. Aber es ist erlaubt, Mädchen zu sein. Man darf das. Und das ist ganz, ganz wichtig und das darf man nicht vergessen. Für mich bedeutet eine michenhafte Seite zu haben, dass ich nur eine gewisse kindliche Seite habe, in der ich mir auch mal erlaube, mal nicht perfekt zu sein. Ohne jetzt die erwachsene Frau von mir schlecht darstellen zu wollen, aber was das Mädchen in mir, wo es immer wieder rauskommt, ist natürlich beim Humor. Ich habe einen wahnsinnig anspruchslosen Humor oft. Und ich finde es auch wichtig, dass du über alles lachen kannst. Auch wenn der Schmäh irrsinnig schlecht war oder es vielleicht einfach nur Slapstick im Alltag ist, ist das schon, wie soll ich sagen, ist das alles ein guter Anlass für ein Lachen. Genau das macht es aus. Man muss authentisch sein und sich erinnern, wie war ich damals, wie ich 16 war. Und ziemlich schlecht fühlen, wenn man das dann macht. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, in jeder Lebenssituation das innere Mädchen nicht zu vergessen und auch nicht zu vernachlässigen, weil es wahnsinnig hilft, die Dinge viel leichter zu nehmen und den Spaß nicht aus den Augen zu füllen. Mädels da draußen, scheißt euch nichts. Denkt nicht darüber nach, lebt das Leben, genießt es und seid ein Mädel. Mädels da draußen, scheißt euch nichts.